Wie war die Factory? Super Zeit im Nachhinein, zu der Zeit, wo es blöd war, weil ich kein Lehrstück hatte. Super Bewerbungstraining, super Leid und super Trainer. Wie ist die Arbeit? Meine derzeitige Arbeit ist für Glas. Welche Ausbildung hast du abgeschlossen? Bürokoffer. Wie ist das Arbeitsklima? Extrem gut. Was gefällt dir in dieser Arbeit? Eigentlich vor allem das Arbeitsklima, also meine Arbeitskolleginnen und die Arbeitszeiten. Wie ist das Arbeitsklima? Wie ist das Arbeitsklima?